Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Reihe IHK Abschlussprüfung. Heute haben wir nur eine Musterfrage für Sie mitgebracht. Diese werden wir uns dafür heute etwas ausführlicher ansehen. Ja, starten wir gleich rein. Die heutige Musterfrage lautet Welche der nachfolgenden Aussagen für 2018 in Bezug auf die Kennzahlenanalyse sind richtig? Und hier haben Sie dann eine Bilanz dargestellt aus dem Jahre 2017 und 2018 und auf der anderen Seite eine Gewinn- und Verlustrechnung ebenfalls mit den Werten 2017 bzw. 2018. Und jetzt gilt es zu überprüfen, eben welche der nachfolgenden Aussagen korrekt ist. Entweder die Eigenkapitalquote beträgt 34,2% Die Fremdkapitalquote beträgt 67,3% Die Anlagenintensität beträgt 28,1% Die Umlaufintensität beträgt 54,6% bzw. Antwortmöglichkeit 5 Die genannten Kennzahlen dürfen nicht in Prozent angegeben werden. Ja, um diese Frage vielleicht zuerst einmal selbst zu beantworten oder versuchen zu lösen, drücken Sie bitte einfach auf den Pause-Button. Wir werden uns jetzt gemeinsam die Auflösung kurz anschauen und hierfür werden wir oder müssen Sie zunächst einmal die einzelnen Kennzahlen berechnen, um eben zu überprüfen, welche der Aussagen korrekt ist. Starten wir zuerst mit der Berechnung der Eigenkapitalquote. Die Formel für die Berechnung der Eigenkapitalquote lautet eben Eigenkapital durch Gesamtkapital mal 100. Und wenn wir uns dann hier zuerst einmal die Bilanz anschauen, so wissen wir, dass wir das Eigenkapital und das Fremdkapital bzw. das Gesamtkapital auf der Passiva, also auf der rechten Seite der Bilanz finden. Und wenn wir uns hier jetzt diese Passiva anschauen, so finden wir beim Kapital, also das Kapital ist das Eigenkapital, im Jahre 2018 einen Wert von 410. Und dementsprechend wissen wir einmal schon, dass wir diese 410 hier für das Eigenkapital ansetzen können. Und dann stellt sich noch die Frage, wie hoch ist das Gesamtkapital? Also das Gesamtkapital ist gleichzusetzen mit der Bilanzsumme. Und dementsprechend benötigen wir hier eben für das Jahr 2018 die Bilanzsumme in Höhe von 1004. Und wenn wir dann eben dieses Eigenkapital durch die Bilanzsumme von 1004 dividieren und anschließend noch mit 100 multiplizieren, so dass wir auf eine Prozentzahl kommen, so ergibt sich dann ein Wert von 40,8%. Und dementsprechend können wir die Antwort 1 als richtige Antwort schon ausschließen, weil 40,8% ist nicht gleich 34,2%. So, gehen wir über zur zweiten Antwortmöglichkeit. Hier geht es um die Fremdkapitalquote. Die Fremdkapitalquote stellt so quasi das Gegenstück der Eigenkapitalquote dar. Und dieses wird berechnet, indem wir das Fremdkapital durch das Gesamtkapital dividieren. Und hier wird es schon ein bisschen spannender, weil wir hier das Fremdkapital in der Bilanz nicht angegeben haben, sondern dieses Fremdkapital müssen wir zuerst berechnen. Also mal grundsätzlich zum Fremdkapital gehören einmal all unsere Verbindlichkeiten. Also hier haben wir einmal das Darlehen mit 200, die Lieferverbindlichkeiten mit 308 und die sonstigen Verbindlichkeiten mit 68. Aber damit noch nicht genug, auch die Rückstellungen, wo haben wir sie? Hier haben wir die Rückstellungen, gehören zum Fremdkapital. Und das heißt, wir müssen jetzt diese vier Beträge zuerst einmal summieren, damit wir auf unser Fremdkapital kommen. Das habe ich hier einfach einmal in dieser Klammer dargestellt. 18 plus 200 plus 308 plus 68. Und die Summe eben aus diesen vieren müssen wir dann wieder durch unser Gesamtkapital, also durch unsere Bilanzsumme dividieren und wiederum um auf eine Prozentzahl zu kommen, mit 100 multiplizieren. Und dementsprechend ergibt sich dann eine Fremdkapitalquote von 59,2%. Und im Übrigen noch als zusätzlichen Hinweis, immer die Angabe der Eigenkapitalquote und der Fremdkapitalquote muss immer 100% geben. Wenn sich hier keine 100 ergibt, dann haben Sie hier in der Rechnung irgendwo einen Fehler. Ja, 59,2 vergleichen wir mit 67,3. Auch hier stimmt es nicht überein und dementsprechend kann auch die Antwort 2 ausgeschlossen werden als richtige Antwort. Dann gehen wir über zur Antwort 3. Die Anlagenintensität wird berechnet, indem wir das Anlagevermögen durch das Gesamtvermögen dividieren. Das heißt, wir müssen uns zuerst einmal das Anlagevermögen suchen. Und das Anlagevermögen, wie der Name schon sagt, Vermögen finden wir, also nicht wie der Name schon sagt, aber Vermögensgegenstände finden wir immer in der Aktiva. Und dementsprechend benötigen wir hier eben die linke Seite der Bilanz, also die Aktiva. Und das Anlagevermögen ist eben hier dargestellt, Anlagevermögen. Und wir brauchen das Jahr 2018. Und dementsprechend müssen wir die 50 und die 232 zusammenzählen. Und das wäre hier dieser erste Teil der Formel. Und in weiterer Folge müssen wir dann dieses Anlagevermögen durch das Gesamtvermögen dividieren. Und auch hier, bereits wie beim Gesamtkapital, stellt das Gesamtvermögen die Bilanzsumme dar. Und dementsprechend haben wir wieder die 1004, durch welche wir dividieren müssen. Und wenn wir dann das Anlagevermögen durch die Bilanzsumme dividieren und im Anschluss wieder mit 100 multiplizieren, um auf eine Prozentzahl zu kommen, kommen wir hier auf eine Antwort von 28,1. Das bedeutet, die Anlagenintensität bedeutet 28,1%. Und das stimmt überrein mit hier dieser Antwortmöglichkeit 3. Und dementsprechend können wir uns schon einmal merken, dass die Antwort 3 eine korrekte Aussage widerspiegelt. Zur Kontrolle überprüfen wir dann auch noch die Antwort 4 und die Antwort 5. Gehen wir zuerst zur Antwort 4 oder zur Antwortmöglichkeit 4, wieder Umlaufintensität. Und die Umlaufintensität spiegelt das Gegenstück von der Anlagenintensität dar. Und hier wird das Umlaufvermögen durch das Gesamtvermögen dividiert. Also wenn wir hier dann weiter nach unten gehen, auf der Aktiva, so finden wir hier das Umlaufvermögen. Also hierzu zählen die Warenvorräte, die Lieferforderungen, die sonstigen Forderungen, Kasse, Bankbestände und auch die Rechnungsabgrenzungen. Und wenn wir dieses Umlaufvermögen dann zuerst einmal wieder summieren und dann im Anschluss durch die Bilanzsumme dividieren und wiederum mit 100 multiplizieren, dann kommen wir auf 71,9%. Und als Lösungsmöglichkeit haben wir 54,6%. Und aus diesem Grund ist eben die Antwort 4 auch wieder auszuschließen. Ja und zu guter Letzt haben wir dann noch die Antwortmöglichkeit 5. Die genannten Kennzahlen dürfen nicht in Prozent angegeben werden. Diese Antwortmöglichkeit ist auch falsch, denn im Regelfall werden diese Kennzahlen in Prozent angegeben. Es wäre natürlich jetzt schon möglich diesen Schritt mal 100 wegzulassen, aber letztendlich handelt es sich hierbei immer um Prozentsätze. Und nach Überprüfung dieser Aufgabenstellung oder dieser Angaben können wir eben darauf schließen, dass die Antwort 3, die Anlagenintensität, beträgt 28,1% die richtige Antwort ist. Ja und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Sie mehr Übungsaufgaben oder Musterfragen inklusive Lösungen zur Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung sehen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal Businessfragen abonnieren oder eines unserer bereits hochgeladenen oder zukünftigen Videos ansehen. Hier sind wir uns, Vielen Dank.